Ich habe Hecker persönlich in Lenzkirch getroffen. Dort hat er mir genaue Instruktionen für Offenburg mitgegeben. Was sollen wir tun? Wir sollen heute Nacht den Bahnhof besetzen. Ja! Auf uns Offenburger kann er zählen. Wir verhelfen Hecker zum Sieg. Wir fragen, unterstützen euch. Die Barrikaden bauen wir gemeinsam auf. Und halten sie gemeinsam. Weg mit den Fürsten. Weg mit all den Menschen, die uns verletzen. Wollen wir uns vorschreiben, was wir zu tun haben? Unsere Zeit ist gekommen. Die Zeit des Volkes. Und hoch auf den Barrikaden. Wenn wir morgen früh die Republik ausrufen. Der 19. April 1848. Bitte die Geschichte eingehen. Es geht in die Republik! übermelde golfe. Musik Musik Fürsten zum Land hinaus Fürsten zum Land hinaus Jetzt kommt der Völkerschmaus Jetzt kommt der Völkerschmaus Raus! 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 Badnerland ins Gewehr Badnerland ins Gewehr Leopold, der taugt nichts mehr Leopold, der taugt nichts mehr Los! 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 Wer hängt die Bürgerwacht Wer hängt die Bürgerwacht Mit ihm aus Preußenfahrt Mit ihm aus Preußenfahrt Schacht den Kult Fussbeut und Dreisigen Fussbeut und Dreisigen Schlag alle drei Siege Schlag alle drei Siege Fuss, Fuss, Fuss Nun ist im Lande Raum Nun ist im Lande Raum Pflanze den Freiheitsbaum Pflanze den Freiheitsbaum Pflanze den Freiheitsbaum Ho, ho, ho Wow!